Ho, ho, ho und willkommen bei dem Läggenäten-Wir-Advorskalender mit Barclay und dem Brinkern. Ja, ja, wir sind hier noch live heute am Sonntag. Ähm, nicht ganz live, sondern das sind die Leute von gestern, die machen noch mit, die wollen zugucken. Und die haben die ganze Nacht gewartet hier, im Startgebiet und ja. Ja, die wollen mich jetzt, den Gewinner, wollen sie, ähm, ja, ja, gewinnen sehen. Ähm, und der Morgs wollte am 4. Adventsdezember ein Gedicht vortragen. Bitteschön. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, mir geht am Bip. Ihr habt nichts ab. So. Wunderschön. Ja. Okay, ähm, das schneiden wir raus. Warte mal. Auf jeden Fall, es geht heute darum, wer wird zuerst Level 2. Und, ähm, wir machen das heute mal auf einem spanischen Server mit ganz vielen Tauchen. Äh, die wollen nämlich, äh, Achaxe und Morgs, die Morgs wegnehmen. Nein, du bleibst hier. Stopp. Komm zurück. Was denn? Das ist unfair. Heute geht's um 18 Punkte, ja. Wollt ihr beide gegen... Haben wir wirklich nur Tigerklauer? Haben wir nichts anderes? Wir haben nur Tigerklauer. Ja, wir haben nur Tigerklauer. Das ist nicht verarschen. Wollt ihr beide gegen mich antreten? Oder nur alle eine? Einer. Beide kommen. Beide. Alle beides zusammen. Okay, heute steht's 105 zu 69 und dann geht's für mich heute um 36 Punkte, wenn ich gewinnen sollte. Und der Morgs bleibt jetzt mal hier. Und es ist keine Quest erlaubt. Was? Es ist keine Quest erlaubt. Du musst doch töten, ne? Ja, aber keine Quest ist erlaubt. Gar keine. Cool, dann schickt mir jemand ein Haus hier. Keine Quest, ne. Auch keine Dailyklauer oder so. Was denn? Auch keine Accountgear, gar nichts. Jetzt bleibt mal da. So, wir fangen jetzt an. In... Seid ihr bereit überhaupt? Nein. Ja, mehr oder weniger. Okay, dann geht's los. In 3, 2, 1 und go. Wir teilen uns strategisch auf. Boah, die machen ja voll viel Damage. Die Menche. Ich hab noch nicht mal einen Mob down. Gibt's ja überhaupt EP? Ja, 24 EP. LOL. LOL, du hast schon ein EP. Du hast schon einen down, oder was? Ich hab schon einen down, die Leute helfen ja. Arax, du näht mich ein. Nee, nee, nee. Ja, zum Test. Ach so. Zum Test, ob du in der Gruppe bist. Stopp, Leute. Killt mir die Mobs nicht hier. Stopp, killt mir die Mobs nicht hier. Ja, wieder 18 EP. Stopp, der Jäger. Den Barkley, die Mobs wegklau. Nein. Go, go. Nice. Bin gleich Level 2. Da gibt's ja kaum was. Hier gibt's die Eben-Schreiter. Das ist ja unfair. Nice. Ey, Leute, ihr sollt mit mir kämpfen, nicht gegen mich. Doch, kämpft gegen den Gewinner. Kämpft gegen den Gewinner. Ich bin gleich Level 2. Was heißt gleich? Hammer. Danke an den Jäger, der mir hier hilft. Und den Fringer. Leute, wartet doch mal hier, bitte. Helft Araxo. So gehört sich das. Komm, der Borgs ist rechts. Kommt mal einer zum Borgs. Ich kämpfe hier alleine. Hallo. Alter, irgendein Jäger klaut mir die ganzen Mobs hier. Das kann doch nicht sein. Alter, ich treffe gar nicht. Ich kann hier gar nichts machen. Was ist denn das für... Leute. Nice, 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 nice. Ich hab's gleich geschafft. Ich auch. Wie viel Prozent hast du, Barkley? Und du, Schatz? Ich hab... Wie sieht man denn jetzt? 8,83. Na. Mach ein screenshot. Hä? Alter, das ist ja unfair. Hier, die klauen mir die Mobs. Die klauen mir die Mobs. Los. Ja, ich hab's geschafft. Ich bin leider 2. Ja, geil. Nice, Mobs. Ich bin 73 Prozent. Alter, ich hab 91. Ja, das sind 3 Mobs gewesen. Ah! Weil so ein Scheißjäger mir alles weggemacht hat hier. Nein! Liebe Leute. Nice, rachsam. Heute steht's 15 zu 87. Ich fühl natürlich immer noch. Ja, aber bis morgen oder bis in einer halben Stunde. Beim nächsten Mal nehm ich hier niemanden mehr mit, ne? Ihr bösen Lifesim-Zuschauer. Nee, nee, nee. Das ist unfair. Es lagts. Morgen am Montag geht's weiter. Ciao, ciao. Ciao, ciao.